fast alle das Gefühl, wir haben immer weniger davon. Jetzt komme ich auch eigentlich noch mal auf Ihren Eingang zurück. Es ist so, wir beschleunigen das Leben in der Angst, wir könnten es verpassen. Und indem wir es beschleunigen, verpassen wir es. Also wir sind, die Soziologie sagt, Multi-Informations-Konsumenten. Wir essen, hören Musik und sehen die Börsenberichte uns dazu an. Kaum fangen wir an und kondensieren den Augenblick, deshalb ist mir diese Anstrengung so wichtig zu sagen, verliert man den Moment, verliert man das ganze Leben. Also sei jetzt, vergegenwärtige dich im Wortsinn. Das heißt auch hier, ich sitze jetzt hier so gerne, ich gucke jeden an, mir ist bewusst, dass man mir zuhört, die meisten sogar mit ehrlichem Interesse, jedenfalls wenn die Pantomime mich nicht täuscht, dann ist das irgendwie ein Privileg. Dieses Privileg werde ich im Leben eine begrenzte Anzahl von Malen haben. Und das schöpfe ich in diesem Augenblick aus, das freut mich. Und Herr Busch guckt versonnen.